Österreich sei unter den Top-Export-Nationen der Welt, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Aber vielen Menschen sei gar nicht bewusst, was das für sie bedeutet. Ich freue mich sehr, dass Fritz Dittelbacher heute wieder bei mir im Studio ist. Er wird uns mit seinen Analysen durch den Tag begleiten. Schönen guten Tag. Schönen guten Morgen. Margarete Schramböck hat gerade gesagt, dass laut einer Gallup-Studie 15 Prozent der ÖsterreicherInnen gar nicht wüssten, was der Export für ihr persönliches Leben bedeutet. Und wenn man Schramböck und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer da so zuhört, dann reden Sie von Märkten in Afrika und Asien und das wirkt in jeder Hinsicht sehr weit weg. Was hat das denn mit uns einfachen Leuten hier in Österreich zu tun? Also ich muss sagen, wenn es 15 Prozent nicht wissen, dann wissen es 85 Prozent doch. Das kommt mir wiederum relativ viel vor. Naja, Österreich ist natürlich eine Exportnation und Österreich ist eine kleine Exportnation. Österreich ist nicht nur ein Tourismus- und Dienstleistungsland, das prägt uns schon auch ganz stark. Wir haben auch sehr viel Industrie. Wir haben nicht nur Großindustrie, sondern wir haben relativ viel so Hidden Champions, also Mittelbetriebe von den Erzeugern von Gleisstopfmaschinen, blasser und teurer. Das sind Gleisstopfmaschinen, die verlegen Eisenbahngleise. Und da macht eine oberösterreichische Firma sozusagen Weltmarktführer, wenn irgendwo Eisenbahnen gebaut werden. Und es werden Gott sei Dank in Zeiten des Klimawandels wieder mehr Eisenbahnen gebaut. Bis zu, um in Oberösterreich zu bleiben, Rosenberger, der Feuerwehrausstatter. Das sind alles keine Riesenfirmen, aber doch große Firmen mit dann doch vielen Angestellten. Und die leben davon, dass nicht nur Feuerwehren in Niederösterreich und Oberösterreich Rosenbauer Fahrzeuge kaufen, sondern eben weltweit. Und diese Exportzentrierung gerade dieser Mittelindustrie, die ist schon gewaltig in Österreich. Dazu kommen dann auch noch große Firmen wie die Föst, die etwa im Automotivbereich ganz stark engagiert ist. Österreich exportiert natürlich nicht immer nur zu Endmärkten, sondern zum Teil auch in andere Exportnationen. Nach Deutschland, nach Italien. Und die Deutschen verkaufen dann die Autos wiederum in der ganzen Welt und wir liefern zu. Das geht manchmal über zwei Schritte. Aber was schon stimmt, es gibt manche Märkte, die noch kaum beackert werden. Afrika zum Beispiel, das hat der Wirtschaftskammerpräsident erwähnt. Wir produzieren nicht mehr richtig gemerkt. 1,2 Prozent unserer Exportleistung geht nach Afrika. Da ist der Markt natürlich nicht so stabil wie in Industrieländern. Auf der anderen Seite geht uns da wahrscheinlich ein wenig ab. Das, was andere Länder machen, die Chinesen zum Beispiel, die exportieren nicht nur, die finanzieren auch ihre Exporte. Das heißt, als erstes verkaufen sie sozusagen das Produkt und als zweites bieten sie den Kredit an. Und das geht nicht nur in Afrika, das geht am Balkan so. Montenegro etwa ist bei China mittlerweile schwer verschuldet über dieses Modell der speziellen Exportfinanzierung. Jetzt hat die Wirtschaft allgemein gesprochen, Sie unter Corona gelitten. Was wollen denn die Regierung und die Wirtschaftskammer nun tun, um das Exportgeschäft wieder anzukurbeln? Naja, es ist jetzt einmal sehr viel drangesetzt worden, dass die Industrie und alles, was exportiert, nicht unwiderrufliche Schäden hat. Das waren die Geschichten mit der Kurzarbeit. Das hat natürlich auch exportorientierten Firmen geholfen, weil sie natürlich die Mitarbeiter halten konnten, die sie jetzt, wo alles wieder anläuft, unbedingt brauchen. Wären die alle weg gewesen, wie es zum Teil im Tourismusbereich ist, ist es dann schwierig sozusagen von null wieder zu starten und mit den Fachkräften weiter zu gehen. Es gibt natürlich auch Exportförderungen nach wie vor. Es gibt diese Kreditförderungen, von denen ich gesprochen habe. Aber das Zentrale ist jetzt einmal, es muss weltweit alles wieder anlaufen. Es müssen die Lieferketten wieder funktionieren. Auch ein Problem, das es gerade im Exportbereich gibt. Die Containerkosten sind pro Container binnen einem Jahr von 1500 auf 10.000 Dollar gestiegen. Das ist etwas, was dem Export natürlich massiv wehtut, weil da kann man es sich dann nicht leisten, zu exportieren und zu guten Preisen irgendwo anzubieten. Fritz Hittelbacher, vielen Dank für diese erste Analyse.